Wie trifft man eine kluge Partnerwahl? Zu dieser Frage werden wir in diesem Video einige psychologische und entscheidungstheoretische Erkenntnisse besprechen, die dir helfen können, einen guten Partner zu finden. Dafür erstmal eine offensichtliche, aber wichtige Beobachtung, nämlich eine gute Partnerwahl zu treffen, wird logischerweise umso machbarer, je mehr potenzielle Partner uns zur Verfügung stehen. Weil mit einer größeren Anzahl an Optionen steigt die statistische Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, bei dem es in den wichtigen Bereichen wirklich zusammenpasst. Als erstes stellt sich also die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass uns viele potenzielle Partner zur Verfügung stehen. Wenn unsere potenziellen Partner sich aus der Schnittmenge der Leute ergeben, die wir als potenziellen Partner sehen und der Leute, die uns als potenziellen Partner sehen, dann haben wir drei Möglichkeiten, um diesen grünen Bereich hier zu vergrößern. Erstens können wir generell mehr Personen kennenlernen. Zweitens können wir versuchen, ein attraktiverer Partner zu werden und dadurch dafür sorgen, dass uns mehr Personen als potenziellen Partner betrachten. Und drittens können wir unsere Ansprüche reduzieren und somit mehr Personen als potenzielle Partner für uns betrachten. Aus dieser simplen Beobachtung ergeben sich also verschiedene Fragen für dieses Video. Nämlich, wie lernt man mehr Leute kennen? Zweitens, wie wird man so attraktiv wie möglich? Drittens, wie picky sollte man sein? Und viertens, wie trifft man aus den potenziellen Partnern in diesem grünen Bereich eine kluge Wahl? Zu jeder der Fragen findest du unten auch Timesteps, falls du etwas überspringen willst. Fangen wir an mit der ersten Frage, nämlich, wie lernt man mehr Leute kennen? Und hier gibt es natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und anstatt es zu versuchen, eine allgemeingültige Antwort darauf zu geben, möchte ich dich ermutigen, nachzudenken. Wo könntest du mehr Leute kennenlernen? Welche Möglichkeiten, um jemanden kennenzulernen, lässt du bisher noch ungenutzt? Bist du auf Dating-Apps unterwegs? Bist du in Gruppen aktiv, mit Menschen rund um deine Hobbys? Seien es Gruppen für Sport, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung, Glaube, eine Organisation für freiwillige Arbeit, Veranstaltungen zum Netzwerken. Führ dir vor Augen, je mehr du rausgehst, je mehr du sichtbar wirst, je mehr du unter Leuten bist, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo Klick macht und du jemanden triffst, mit dem es wirklich passt. Der zweite Punkt, um den Pool der potenziellen Partner zu erhöhen, besteht, wie bereits erwähnt, darin, dich zur besten und attraktivsten Version deiner selbst zu machen. Weil es hilft natürlich viel mehr, sichtbar zu sein, viele Leute kennenzulernen, wenn du die notwendige Attraktivität mitbringst, um anziehend auf die andere Person zu wirken. Ich glaube daher, dass die Antwort auf die Frage, wie finde ich den richtigen Partner, zum Großteil darin besteht, die Frage für sich zu beantworten, wie werde ich zum richtigen Partner und dann daran zu arbeiten. Bist du die Art von Person, die dein idealer Partner als potenziellen Partner betrachtet? Von welcher Art von Person träumt dein idealer Partner? Was findet diese Person anziehend? Heißt, hast du deine Themen aufgearbeitet und bist emotional ausgeglichen? Bist du achtsam im Umgang mit anderen? Achtest du auf deine Ernährung? Treibst du regelmäßig Sport und hast einen attraktiven und fitten Körper? Wie stehst du beruflich und finanziell da? Machst du äußerlich einen gepflegten und stilbewussten Eindruck? Hast du höhere Ziele, die dich antreiben? Bist du ein Mensch, der sich Problemen stellt und an ihnen arbeitet oder den Weg der Bequemlichkeit stattdessen wählt? Manche dieser Aspekte sind natürlich für dich und deinen zukünftigen Partner weniger wichtig. Deswegen macht es Sinn, dass du für dich selbst konkret dir die Frage stellst, was die Punkte, die für deinen idealen Partner besonders anziehen und wichtig sind und dann arbeite an diesen Punkten und werde auf so vielen Ebenen wie möglich zu der Person, die dein idealer Partner verdient hat. Kommen wir als nächstes zur dritten Frage, nämlich wie picky sollte man sein? Viele Menschen haben eine lange Liste an Eigenschaften, die sie sich in einem Partner wünschen und teilweise sind sie sich dieser Liste bos, teilweise unbewusst, was aber nichts daran ändert, dass sie eine ganze Reihe Erwartungen und Wünsche haben an ihren potenziellen Partner. Und theoretisch gibt es ja unzählige Eigenschaften, die man sich in einem Partner wünschen kann. Laut Taitashio, dem Autor des Buches The Science of Happily Ever After, zwingt uns jedoch die statistische Realität dazu, unsere Erwartungen zu priorisieren. Und das lässt sich anhand einer ganz simplen Wahrscheinlichkeitsrechnung darstellen. Nehmen wir an, wir haben eine Liste von Eigenschaften und Merkmalen, die wir in einem Partner suchen. Seien das körperliche Merkmale wie Größe oder Haarfarbe oder Persönlichkeitsmerkmale, Beruf, Bildungsniveau, Hobbys und so weiter. Wenn wir der Einfachheit halber annehmen, dass jede dieser Eigenschaften bei 10% der Bevölkerung vorhanden ist und bei den restlichen 90% der Bevölkerung nicht vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die wir treffen, die erste Eigenschaft erfüllt, 10%. Wenn wir noch die zweitwichtigste Eigenschaft hinzunehmen, dann müssen wir die Wahrscheinlichkeiten von diesen Eigenschaften multiplizieren, heißt 0,1 mal 0,1 und damit beträgt die Wahrscheinlichkeit nur noch 1%, dass die Person beide Eigenschaften erfüllt. Wenn wir drei Eigenschaften auf unserer Liste haben, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit nur noch 0,1% und bei vier Eigenschaften nur noch 0,01%. Heißt, mit jeder Eigenschaft, die wir dazu nehmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, so eine Person zu treffen, exponentiell. Diese Rechnung verdeutlicht also relativ simpel, dass man wirklich nur eine begrenzte Anzahl von Wünschen und Prioritäten hat und man diese Wünsche dementsprechend weise wählen sollte. Die Berechnung vereinfacht zwar die Realität, weil viele Eigenschaften miteinander korrelieren, aber ganz klar ist trotzdem, je mehr Eigenschaften man sich in einem Partner wünscht, je höher die Anforderungen sind, die man stellt, umso unwahrscheinlicher ist es, jemanden zu treffen, der all diese Eigenschaften erfüllt, zumal, wenn man die Person finden sollte, genau diese Person einen ja dann auch noch als potenziellen Partner in Erwägung ziehen wollen muss. Die Schlussfolgerung ist also, dass wir unsere Wünsche und Prioritäten wirklich klug wählen müssen, wenn wir eine glückliche und dauerhafte Beziehung führen wollen und über das nachdenken sollen, was uns in einer Partnerschaft wirklich wichtig ist, was die wesentlichen Eigenschaften sind, auf die wir uns in der Partnerwahl konzentrieren wollen. Tai Tashiro empfiehlt, dass wir uns in unserer Partnersuche auf drei für uns bedeutsame Eigenschaften konzentrieren sollten und es für die meisten Personen unrealistisch ist, mehr als diese drei Erwartungen und Wünsche in der Partnerschaft zu berücksichtigen. Heißt, anstatt uns in Eigenschaften und Präferenzen zu verlieren und aufzuhängen, die eigentlich nicht wirklich bedeutsam sind, sollten wir Klarheit darüber bekommen, worauf es uns in einer Partnerschaft wirklich ankommt und danach Ausschau halten. Ein weiterer interessanter Ansatz, um die Frage zu beantworten, wie picky wir sein sollten, stammt aus der Spieltheorie und ist bekannt als das Sekretärinnen-Problem oder auch Heiratsproblem. Dieses Problem wurde formuliert, um eine optimale Strategie zu finden, bei der man die beste Option aus einer Reihe von präsentierten Optionen auswählen muss, mit der Einschränkung, dass man eine einmal abgelehnte Option nicht zurückholen kann. Und die Partnerwahl ist im Prinzip genauso eine Problemstellung. Es gibt zwei Fälle, wo man vielleicht doch nochmal in einer ehemaligen Beziehung landen kann, aber in der Regel entscheiden wir uns für oder gegen einen Partner und wenn wir uns gegen den Partner entscheiden, dann ziehen wir die nächste Option in Betracht und dann die nächste und so weiter. Und wir können nicht irgendwann mit Mitte 30 sagen, ach, die Person, die ich mit Anfang 20 gedatet habe, wäre eigentlich die beste Option gewesen, jetzt spule ich nochmal die Zeit zurück. Die Herausforderung besteht also darin, eine Entscheidungsstrategie zu finden, die die Wahrscheinlichkeit maximiert, eine bestmögliche Person auszuwählen, ohne zurückspulen zu können und ohne zu wissen, welche Person wir in Zukunft noch kennenlernen werden. Dabei können wir sowohl den Fehler begehen, dass wir uns zu früh festlegen, wir also noch gar kein Gespür dafür haben, wie hoch die Passung eines potenziellen Partners sein kann. Aber wir können auch den Fehler begehen, dass wir uns zu spät festlegen und das Risiko eingehen, dass die besten Optionen, die wir gehabt hätten, bereits hinter uns liegen. Die Lösung, die durch die mathematische Analyse gefunden wurde, ist die sogenannte 37%-Regel. Die Strategie besagt, dass man unter mathematischen Gesichtspunkten optimalerweise die ersten 37% der Optionen einfach nur beobachten und ablehnen sollte, um ein Gespür zu bekommen und einen Benchmark zu etablieren. Nachdem wir diese 37% vorübergehen haben lassen, überlegen wir, welche von diesen 37% wäre die beste Option gewesen. Und die verbleibenden 63% unserer Optionen nutzen wir dann dafür, eine Option zu identifizieren, die genauso gut oder besser ist, wie das beste aus den ersten 37%. Im echten Beziehungskontext ist es vielleicht natürlich etwas unrealistisch und auch etwas zu verkopft, exakt so vorzugehen. Aber die Grundidee kann uns schon als grobe Daumenregel dienen, um eine ausgewogene Herangehensweise an die Partnersuche zu etablieren. Wie kann das konkret aussehen? Die Autorin Logan Urey vom Buch How to Not Die Alone empfiehlt, anstatt die Dates, die man im Laufe des Lebens hat, grob zu schätzen und dann die ersten 37% zu berechnen, eher den Zeitraum zu betrachten, in dem wir daten. Wenn die Spanne, in der wir nach einem Lebenspartner Ausschau halten, zwischen 18 bis 32 ist, würden wir also laut dieser Regel die ersten 37%, also bis zum Alter von 23, nutzen, um Erfahrungen zu sammeln und eine Vorstellung davon zu bekommen, was wir wirklich in der Beziehung suchen und die restlichen Jahre zwischen 23 und 32 würden wir so lange daten, bis wir einen Partner finden, der so gut für uns passt, wie das Beste, was wir im Alter von 18 bis 23 gedatet haben. Wenn es dir so geht wie mir, dann denkst du vielleicht, ab 23 soll ich schon nicht mehr versuchen, meine bisherigen Dates zu übertreffen, sondern eine Wahl treffen, die so gut ist wie das Beste, was ich bis dahin erlebt habe? Wenn man unter mathematischen Gesichtspunkten versucht, die Wahrscheinlichkeit für eine gute Wahl zu erhöhen, dann tatsächlich ja. Womit wir wieder beim Thema der zu langen Wunschliste wären, weil wenn du erst später Ausschau hältst nach einem langfristigen Partner oder zu lange nach einem Partner suchst, der alles bisher getoppt, dann gehst du das Risiko ein, dass deine besten Optionen bereits vorübergezogen sind, bis auf du höchst in den späteren Jahren massiv die Anzahl deiner Dates und änderst dadurch die Rechnung. Daran erkennst du auch, dass in unserer heutigen Zeit viele Menschen erst ziemlich spät anfangen, sich auf die Suche nach einem Lebenspartner zu machen. Und das hat für viele Menschen tatsächlich schmerzhafte Folgen, insbesondere ungewollte Kinderlosigkeit. Die meisten Menschen glauben, dass die meisten kinderlosen Personen heutzutage entweder keine Kinder haben, weil sie keine wollten oder weil sie unfruchtbar sind. Aber tatsächlich wird laut einer Analyse der niederländischen Forscherin Renske Kaiser geschätzt, dass circa 80 Prozent der Frauen, die keine Kinder haben, aufgrund der Umstände kinderlos geblieben sind und nicht, weil sie keine Kinder wollten. Mit dem häufigsten Grund, dass sie nicht den richtigen Partner zur richtigen Zeit hatten. Deswegen mach nicht den Fehler, dass du zu lange wartest, dich auf die Suche nach einem Lebenspartner zu machen. Und mach nicht den Fehler, eine zu lange Liste an Eigenschaften zu fordern. Stattdessen fokussiere dich auf wenige wirklich wesentliche Eigenschaften. Und damit kommen wir zur vierten Frage, nämlich welche Eigenschaften sind wesentlich? Wie trifft man aus den potenziellen Partnern eine kluge Wahl? Worauf sollte man achten? Hierzu werden wir gleich ein paar Persönlichkeitseigenschaften besprechen, die laut der psychologischen Forschung die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partnerschaft funktionieren kann, erhöhen und auf die wir achten können, wenn wir auf der Suche nach einem Partner sind. Bevor wir über diese Eigenschaften reden, möchte ich jedoch über eine verbreitete Herangehensweise ans Dating in unserer heutigen Zeit reden, die dafür sorgt, dass wir uns häufig auf unwesentliche Eigenschaften fokussieren. Nämlich die Tendenz, erst unverbindliche sexuelle Beziehungen einzugehen und aus dieser unverbindlichen Beziehung dann eine Partnerschaft entstehen zu lassen. Warum ist das potenziell problematisch? Weil die Eigenschaften, auf die du dich in einer unverbindlichen Beziehung konzentrierst, sind andere, auf die du dich in einer langfristig stabilen Partnerschaft konzentrierst und wonach du suchst. Die Wahrscheinlichkeit, unverbindliche sexuelle Beziehungen einzugehen, ist umso höher, je höher das Maß an physischer Anziehung ist und auch je höher das Maß an Impulsivität ist, das die Personen mitbringen. Eigenschaften, die für längerfristige Beziehungen relevant sind, wie die emotionale Stabilität, sichere Bindung, gegenseitige Unterstützung stehen meistens in unverbindlichen Beziehungen ziemlich im Hintergrund. Und tatsächlich gibt es Befunde, die zeigen, dass Personen, die mit dem ersten Sex innerhalb der Beziehung einige Zeit warten, anstatt schon sehr früh intim zu werden, eine später höhere Beziehungszufriedenheit haben. Und das wird genau dadurch erklärt, dass wenn man früh intim wird, man nicht so sehr darauf achtet, ob die Person wirklich zu einem passt und als langfristiger Partner geeignet ist. Trotz dieser Unsicherheit hat man an Sex und jetzt wird beim Sex ein ganzer Cocktail an Botenstoffen in unserem Körper ausgeschüttet, unter anderem der Botenstoff Dopamin und Oxytocin. Und dieser Botenstoff-Cocktail kann einen dann über die Schwelle bringen, bei der man sich in eine Person verliebt. Und dann ist man auf einmal nicht mehr sonderlich gut darin, die Lage nüchtern zu beurteilen und zu schauen, passt die andere Person jetzt zu mir oder nicht, sondern man ist aufgrund der eigenen Emotionen und dieser Botenstoffe sehr stark gebiast, die andere Person in dem positiven Licht zu betrachten. Der klügere Weg, um wirklich jemanden zu finden, bei dem die Beziehung Potenzial für die Zukunft hat, besteht darin, zunächst die Person gut kennenzulernen und auf die Eigenschaften zu achten, die für den Beziehungserfolg wirklich wesentlich sind. So, und damit zur Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften sind denn wirklich wesentlich für Beziehungserfolg? Dafür gehe ich jetzt auf vier Eigenschaften ein, die sich in der Forschung als signifikante Prädiktoren für Beziehungszufriedenheit gezeigt haben und arbeite mich vom Unwichtigsten zum Wichtigsten vor. Und als erstes haben wir die Eigenschaft, die in der Psychologie unter dem Begriff Gewissenhaftigkeit zusammengefasst wird. Diese Eigenschaft beschreibt, wie diszipliniert, strukturiert, verantwortungsbewusst und sorgfältig eine Person im Allgemeinen ist. Gewissenhafte Personen haben allgemein eine starke Selbstregulation, neigen dazu, ihre Aufgaben, Verpflichtungen und so weiter sehr ernst zu nehmen und sind gut organisiert und leistungsorientiert. Warum sorgt jetzt diese Eigenschaft für höhere Zufriedenheitswerte in Beziehungen? Die starke Selbstregulation hilft gewissenhaften Personen, Impulse zu kontrollieren, die schädlich für die Beziehung sein könnten. Außerdem kann das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein dazu beitragen, dass der Partner sich unterstützt, geliebt und sicher fühlt und weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und es scheint so, als würden gewissenhafte Personen ihr Leistungsstreben auf ihre Beziehung übertragen. Was vielleicht erstmal schräg klingt, aber wenn man beachtet, dass Beziehung auch Arbeit ist, ist es einleuchtend, dass die Motivation, sich für die Beziehung zu engagieren, aktiv daran zu arbeiten, positive Auswirkungen auf die Beziehung hat. Als drittwichtigsten Prädiktor haben wir Verträglichkeit. Wer verträglich ist, gilt als harmoniebedürftig, freundlich, kooperativ, mitfühlend, hilfsbereit und großzügig. Solche Personen neigen dazu, Konflikte konstruktiv zu lösen, Wert auf positive zwischenmenschliche Beziehungen zu legen und ihre Bereitschaft, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und darauf einzugehen, fördert die Atmosphäre des Vertrauens und Unterstützung in der Partnerschaft. Verträgliche Partner sind auch oft weniger kritisch und streitlustig, was die Wahrscheinlichkeit von Streitigkeiten in der Beziehung reduziert. Darüber hinaus tragen ihre empathischen Fähigkeiten dazu bei, emotionale Intimität zu schaffen, was für sexuelle Zufriedenheit besonders wichtig ist. Als nächstes haben wir emotionale Stabilität, was das Gegenteil ist von der Eigenschaft Neurotizismus. Neurotizismus beschreibt die Tendenz, Gefühle wie Angst, Feindseligkeit, Impulsivität, Depression und ein geringes Selbstwertgefühl zu erleben. Personen mit hohem Neurotizismus neigen dazu, stärker auf negative Ereignisse zu reagieren und mehrdeutige Situationen negativ zu interpretieren. Diese Neigungen können zu häufig negativen Interaktionen führen und konfliktreicherem Zusammenleben mit anderen Personen. Laut der Forschung von John Gottman zeigen solche Personen auch eher Verhaltensweisen wie Kritik, Verachtung und defensives Verhalten, was dann die Beziehungsdynamik auch belasten und zu einer Verschlechterung der Beziehungsqualität führen kann. Im Gegensatz dazu begünstigt emotionale Stabilität, also das Gegenteil von hohen Neurotizismuswerten, eine positive Beziehungsdynamik. Personen bringen seltener destruktive Emotionen wie Angst, Spannung und Feindseligkeit in die Beziehung, was zu einer gesünderen und unterstützenderen, langlebigeren Beziehung und Partnerschaft führt. Und schließlich haben wir als wichtigsten Prädiktor den Bindungsstil. Der Bindungsstil korreliert mit emotionaler Stabilität, also hängt oft mit dieser Eigenschaft zusammen, ist aber schon nochmal ein etwas anderes Konzept und noch aussagekräftiger für den Beziehungserfolg. Der Bindungsstil beschreibt, ob man die Tendenz hat zu klammern und Angst vor Ablehnung hat, das wäre der ängstliche Bindungsstil, oder wie sehr man zu Distanz und Ablehnung und Vermeidung von Nähe tendiert, das wäre der vermeidende Bindungsstil. Oder ob es einem sowohl möglich ist, Nähe zu einem gesunden Maß zuzulassen, aber auch ein gewisses Maß an Distanz für einen vollkommenen Ordnung ist, das wäre der sichere Bindungsstil. Und ein sicherer Bindungsstil führt häufig zu stabileren und gesünderen Beziehungen. Weil Personen mit einem sicheren Bindungsstil senden positive Signale über die Beziehungssicherheit und dadurch werden Sorgen und Ängste in Konfliktsituationen reduziert und eine gesunde, empathische Interaktion wird gefördert. Vermeidende oder ängstliche Bindungsstile hingegen können zu emotionaler Distanzierung beitragen. Es kommt übermäßig Neid auf oder einem verstärkten Fokus auf alternative Partner, was dann auch wieder das Risiko für Instabilität und Unzufriedenheit in dieser Beziehung erhöht. Jetzt wirklich tief auf die Bindungstheorie einzugehen und die genauen Implikationen würde den Rahmen dieses Videos komplett sprengen. Aber falls sich das interessiert, ich habe in der Vergangenheit zu diesem Thema schon Videos aufgenommen, die verlinke ich dir gleich. Abschließend möchte ich aber noch auf einen spannenden Befund hinweisen. Und zwar haben wir ja jetzt darüber geredet, welche Persönlichkeit dein Partner haben sollte, um in der Beziehung glücklich zu werden. Tatsächlich hängt deine Beziehungszufriedenheit jedoch stärker davon ab, welche Persönlichkeit du hast. Heißt, die Frage, wie sicher und stabil du bist, beeinflusst stärker deine Beziehungszufriedenheit als die Frage, wie stabil und sicher dein Partner ist. Weil wenn man eine instabile und unsichere Persönlichkeit hat, dann neigt man tendenziell dazu, diese Unsicherheit auf den Partner zu projizieren und ihn in einem negativen Licht zu betrachten. Deswegen, wenn du in deiner Partnerschaft glücklich werden möchtest, dann ist es wichtig, an deinen emotionalen Themen zu arbeiten. Am besten in einer Therapie, gerne aber auch, indem du diesen Kanal abonnierst und einen Daumen nach oben dalässt und dadurch dem YouTube-Algorithmus signalisierst, dass du mehr psychologisches Wissen bekommen möchtest. Und zum Beispiel auch durch das Video hier, das ich dir jetzt verlinke, zur Bindungstheorie. Wie gesagt, der Bindungsstil ist das wichtigste Persönlichkeitsmerkmal für Beziehungszufriedenheit, das mir aus der psychologischen Forschung bekannt ist. Und hier erfährst du, wie Bindungsstile entstehen und wie sie dein Liebesleben bis ins Erwachsenenalter hinein stark prägen. Ich freue mich, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Servus.